Hallo und willkommen zurück zu Konglomerate 451 und wir werden jetzt erstmal wieder gucken, dass wir unsere Charaktere ausrufen, beziehungsweise wir gucken jetzt erstmal in die Krankenstation, ob wir da noch wen reinstopfen können. Ich glaube aber, genau, das ist halt jetzt eine Mumpitz-Anzeige mit dem und da auch. Okay, können wir nichts machen, da müssen wir nichts machen, dann gehen wir zum Ausrüsten. So, die Waffe, Angriff 5, Trefferchance 40. Ja, das können wir da, aber das war halt auch nicht besonders toll. Und das hier, Grundschaden 5%, Angriff 10, das ist besser. Ja, dann machen wir das da rein. Und das war's auch schon. Na, wir könnten noch hier gucken, aber, ne, brauchen wir nicht. Okay. Fertig. Äh, nächste Mission. Na, neue Mission, neue Mission. Okay, wir haben kein, äh, Dingens, kein, ähm, kein Wohngebiet. Nein, da muss ich mal gerade gucken. So, dann können wir die Tiefe oder die Spitze nehmen. Tiefe sind, ja, beides 45, äh, 65%. Ähm, nein, nehmen wir das. Okay. Dum, dum. Ja, nehmen wir dringem los. Na, super. Ähm, aber der kommt danach direkt wieder dran, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, und dann können wir den auch umpusten. Mhm. Da war der Drogenmann, da müssen wir nichts machen. Hinterhalt. Fortgeschritten, zusätzlich heran. Da vorne ist auch noch eine Gruppe, aber die greifen wir dann von hinten an, wenn sich das einrichten lässt. Ne, das geht nicht. Oder von der anderen Seite. Hm, das wird nicht gehen. Dann laufen wir einfach drauf. Und E nur zwei. Da ist ein Händler. Kaufen. Kaufen. Wir haben da unten was Grünes. Nö. 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 Dann haben wir den Drohnen-Typen. Wahrscheinlichkeit Rangfortschritt. Äh. Da fehlt die Textur. Und das war's. Wo ist der Aufzug? Da oben war ich's wahrscheinlich. Jawohl. Bitte warten. Okay. Keine Gegner. Das war schon mal ein sehr kurzer, äh, eine sehr kurze Abzweigung. Dann gehen wir erstmal auf die andere Seite. Ziel finden und töten. Zwei. Okay. Dann müssen wir später nochmal hin. Überfall! Au, das war ja mal gar nichts. Und verfehlt. Und verfehlt. Ich bin enttäuscht. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. mh Äh, das ist auch eher selten. Überfahren. Und das war der letzte. Können wir jetzt gehen? Wir haben eine Mission, um zu completeen, falls ihr es vergessen habt. Mh, entscheiden wir erstmal die aus. Naja, und der kann aber jetzt nicht, okay. Initiative, Initiative. Mhm. Was machen die denn? Mhm. Verfehlt. Aha. Sonst ist hier nichts. Hatten wir hier noch einen? Ja. Ach, der ist wieder zu weit weg. Mh, der ist wieder zu weit weg. Geben. Kablam. Und lebt. Was? Es ist Zeit, um zu sterben. Es ist ein Stück mit einem Kupfer und ein paar Hände. Wo ist das? Was? 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 Die kommt beim nächsten Mal als erstes dran. Ah, verfehlt. Ne? Ah, okay. Wieso hat der nichts gemacht? Hat sich gebufft? War er jetzt nicht so klug von ihm. Er fehlt. Es ist Zeit, um zu sterben. Oh nein! Wenn ich die haben... Militärhandbuch für Dummies. Page 4 million. Great Scott! So, einen Schlüssel haben wir noch nicht. Das ist eine Sackgasse. Guten Tag! Great Scott! Betäubt! Rumpelpumpe! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Keine Ahnung. Ist jedenfalls nix. Hm. Wie dem auch sei. So, wir hatten noch die andere Abzweigung. Wo wahrscheinlich jetzt die Tür auf ist. Jetzt auf der rechten Seite. Ja. Nochmal ist es gut gegangen. Äh, da. Oh, zwei. Wow. Wow. Ich bin von mir selber überrascht. Ein Magnetschlüssel. Nochmal alles. Also wieder zurück. Das war dann hier jetzt. Links rein. Links, rechts. Links. Ne, links. Nichts. So meine ich das. Da können wir noch nichts machen. Piu, piu, piu. Piu, piu. It's time to die. Mhm. Mh. Den kann ich mir jetzt allerdings nicht mehr erinnern. Auf der rechten Seite. Ah, okay. Der Boss, unser Hündchen. Dann machen wir erstmal das Hündchen weg. Wenn man dann trifft. Problems. Der hat sich selbst gebufft oder so. Teleportiert er sich nach vorne. Bup. Da haben wir noch fette Beute. Ja, das war's. Da haben wir noch was. Und fertig. Zur Agency. Spitze haben wir 70. Oha, extra. Aber das reicht nicht. Sehr schön. Die ist auch auf der vorletzten Stufe. Okay. Keine neue Mission. Wir fördern. Äh. Den. So, dann hatte ich hier irgendwas mit Rüstung. Nee, ich habe überhaupt nichts gefunden. Dachte, ich hätte was gekauft, aber dann wohl nicht. Dann machen wir halt einfach direkt die nächste. Achso, äh, Forschungszentrum. Dann haben wir jetzt absolut alles voll erforscht. Ja. Toll. Und nicht mal ein Achievement gab's dafür. Neue Mission starten. Ähm, gucken wir mal, ob wir... Ne. Na toll. Jetzt muss ich wieder in die Tiefe. Das ist ja blöd. Gut. Okay. Na ja, dann werden wir das wohl machen. Die Tiefe. Ne, ich baue noch zwei Missionen in dem... Honey... Dings... Sind ja. Wodensiedlungs... Dingen. Verkaufen. Gucken wir mal, ob wir die von hinten angreifen können. Verkaufen. Notch. Widerstand gegen Markiereneffekt. Das ist alles Quatsch. Grundschaden minus... Das ist schon gut. Na, behalte mal. Fortgeschritten. Zürzlich heran. Zürzlich heran. Widerstand gegen Markister. Widerstand gegen Markiereneffekt. Widerstand gegen Markiereneffekt. Willkommen kreip. Willkommen in der EU. Wenn ich fliebe. Widerstand gegen Markiereneffekt. Wenn ich nicht zu Ende des Templars betracht. Widerstand gegen Markiereneffekt. Leisee, der漂亮. Widerstand gegen Markiereneffekt. Widerstand gegen Markiereneffekt. Da ist auch noch eine Gruppe. Kann man aber nicht von hinten anfallen. Am Ende der Emission sitze ich. Gemeisterte Fähigkeit. Oha. Ja gut, dann greifen wir die wohl an. Darf ich einen epischen Kommentar machen? Wirklich? Kann ich mich nicht um einen mehr dignifizierten Silenz? Geh das! Pew, pew, pew! Der Aufzug. Aha! Es scheint fast, dass jeder es für uns hat. Vielleicht wehren diese Fluorescente-Suits und attraktieren ein bisschen... Great shot! Dann mal auf zum Aufzug. Sobald wir ja runterfahren. Es ist also ein Runterzug. In die Tiefe! Ja. Oh, cool. Eine Schnauze. Eine Schnauze. Oh. Oh. Das letzte Mal auch schon. Wir haben... Nichts... Wir haben einen Überfall. Moment. Dann machen wir mal den. Damit wir die alle angreifen können. Oh. Oh. Jetzt ist der weg gestorben. Mhm. Ja, tut mir sehr leid. Ich kann dich jetzt nicht mehr töten. Und dann hat er seine eine Chance verpasst. Hm. Hätte mich ja noch einmal angreifen können. Also einmal treffen können. Das geht nicht. Da ist Schluss. Da laufe ich mal hin, um das aufzudecken. Oh. Oh. Da geht es auch nicht weiter. Okay. Dann müssen wir erstmal die andere... Andere Abzweigung nehmen. Jorn. Mhm. 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 Das ist eins. Es ist Zeit, um zu sterben. Überfall! Neck! Die schicken ich hoffentlich jetzt nicht zurück zu anderen... Oh, das ist schon eine ganze Ecke mehr. Wieder Überfall und da kann ich wieder niemanden sehen. Mhm. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Ja, da müssen wir tatsächlich jetzt nochmal zurücklaufen. Erstmal die andere Tür machen. Ne, das ist jetzt offen. Okay, wunderbar. Okay, an der Seite haben wir niemanden. Der lebt noch. Ne, er lebt nicht mehr. Der aber. Go for the ice. Go for the ice. Go for the ice. Der will nicht sterben. Hm. Keine Gegner hier. Naja, wir werden halt den Schlüssel jetzt noch finden. Na, also. Ja. 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 Ich hab' einen so ähnliches Circle installiert. Oh, wie jung ich war. Verplant. Noch mal gut gegangen. Ein wirklich wunderbarer Stück. Ah ja. Geht so. Violett. Ah. Okay, geradeaus durch. Zup. Hier sind wir. Unser Ziel ist irgendwo hier. Es scheint fast, dass jeder es für uns hat. Vielleicht wearing these florescite Suits ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit. Pfff. Und die sind zu weit weg. Und die sind zu weit weg. Markiert. Und hat dieses, äh. Ja. Ne Verletzung. Hoffe ich mal, dass wir die nicht übernehmen. Wird ich andersrum machen sollen. Ich mein' hier habe ich glücklicherweise sowieso einen guten Austauschcharakter. Aber ich will die drei Charaktere ja voll bekommen. Ich bin' hierher. Und wenn du willst, willst du irgendwelche Regeln? Wird du irgendwelche Regeln? Wieso? Wieso? Da geht's. Uh. Vorsetzen. Uh. Aha. Es ist nicht sehr vallig. Aber es könnte sehr hilfreich sein. Das war's. Ja. Fertig. Und bei 70% sind wir. Dödüm. Tödüm. Äh. Keine Verletzungen hinzugezogen. Eine neue Quest vielleicht. Ähm. Ähm, Director, lassen Sie uns eine Armee von Bots erschaffen und gegen die schlimmsten Message-Boards ins Feld schicken. Sie sollen harmlose Beleidigungen posten, die überall die Intelligenz der Knock-Off-Mitglieder in Frage stellen. Der einzige Weg, diesen Krieg zu gewinnen, besteht darin, mit den Leuten im Internet zu diskutieren. Äh, nicht interessiert. Wohnquartier. Äh, fff. Ja, maximale Gesundheit. Oder wir machen das hier. Machen wir mal den hier. Und das nächste könnte halt interessant werden, wenn wir da noch hinkommen. Ähm, was haben wir hier? Haben wir da irgendwas? Die finde ich seit einer Weile nicht mehr. Ich habe sonst immer auch noch haufenweise Grüne gehabt. Hm. Ich gucke nochmal. Sicherheitshalber in der Krankenstation. Aber da scheint alles okay zu sein. Ja. Dann machen wir direkt die nächste Mission. Neue Mission. Und dann gehen wir auch dahin, damit wir das endlich voll bekommen. Dann fehlt danach noch eine. So, dann gehen wir hier mal lang. Vielleicht kann man die wieder von hinten erwischen. Oder die von der Seite. Die kann man von der Seite erwischen. Überfall. Es ist ein Trap. Let's a Trap. Fehlt. Also am Sterben hat sie sich gedacht. Ah, gehe ich noch einen Schritt nach links. Da haben wir doch was Grünes bekommen. Sogar zweimal jetzt. Nein, da habe ich jetzt grüner ausgewählt. So, jetzt. Äh, das ist aber leider schlecht. Oder? Schild. Ja, kann ich nicht brauchen. Das ist der Aufzug. Aha. Überfall. Okay. Dann machen wir hier. Ähm, wenn alle Gegner überfallen können. Damit die nicht noch kaputt gehen, die Charaktere. Das wäre uncool. Ähm. Da kommen wir noch nicht nach links. Verkaufen. Braucht ihr noch? Das war dieses Atomzeichen, oder? Ne. Sneak. Schild. Das haben wir hier nicht. Na gut. Wo ist denn wir die noch um? Tum, 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 Tum. Die Drohne ist auch nicht ausgebaut. Ja, aber im letzten Mal hatte ich doch dieses, ähm, hatte ich das mit der Meisterschaft. Das ist so irgendwie zweifelig, dass das dann überhaupt funktioniert, irgendwie. Normalerweise hätte ich es schon längst bekommen müssen. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Machen wir das. Probieren wir es nochmal. Machen wir es nochmal. Moment, da geht es auch schon weiter. Ich fürchte das wird nichts, selbst hätte ich mich da nicht verklickt, wäre das knapp geworden. Na gut, dann nicht. Überfallen? Okay. Achso, ja, das habe ich ja gekauft, oder? Äh, Daten gestohlen. Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal gemacht zu haben. Das war die Seite. Da ist niemand. Nur für Techniker. Das ist nichts. Das ist auch keine Kiste oder so, das ist absolut gar nichts. Okay, die Tür haben wir, äh, den Schlüssel haben wir ja. Krachbomben. Da ist auch wieder keiner. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Da wohnen auch keiner. Das sind echt super wenige Gegner dieses Mal. Ah. Ah, dieses Mal dafür sind jetzt zwei Gegnergruppen in einem Raum. Er lebt immer noch. Und damit ist die Mission aber auch schon abgeschlossen. Okay. Fortsetzen. Dann machen wir den Rest noch. Und da ist kein Platz. Ich versuche da anders rumzulaufen. Jetzt müssen wir aber eigentlich hier wieder hinlaufen. Dann hackoren wir noch. Ach. Na gut. Dann hatten wir da vorne noch einen Gang. Da war auf jeden Fall noch eine Gegnergruppe. Da war auf jeden Fall noch eine Gegnergruppe. Ich war zu faszinierend. Da war auf jeden Fall schön dabei auch noch mehr zu sein. Da war in der Fall schön dabei auch noch mehr zu sein. Ja, nischt. Und hier ist auch niemand. Das wird... ...n bisschen... ...hard. Na, geht da. Do you have any idea how much that beast you took at his world? Well, I do. Mhm. Ähm, alles erledigt. Zur Agency zurückkehren. Damit sind wir bei 95. Ja. Äh, ist so ein streng geheimer Auftrag. 52.000 Tech hab ich denn durchbekommen. Das ist ja schon einiges. Ähm... Ich guck noch mal gerade. Ja, weil ich den Kram verkauft hab. Aber, dass es hier einen Tech gibt... Ja, da gibt's auch ein paar, die haben ein bisschen mehr. Aber dann werden wir beim nächsten Mal mit der Mission das Maximum erreichen. 100%. Dann mal schauen, was passiert. Und wir sind jetzt hier bei den letzten, äh, 10 Wochen. Ähm... Also langsam... Langsam sind wir durch. Also dann mach ich hier wieder einen Schnitt. Und wir schauen beim nächsten Mal weiter. Bis denne. Ja. Ja.